Meine Lieblingszeitung ist die Allgemeine Zeitung und die lese ich jetzt digital. Bleiben auch Sie immer und überall auf dem Laufenden. Entdecken Sie das E-Paper bereits am Vorabend. Top aktuelle Nachrichten in der News-App und exklusive Plus-Inhalte auf allgemeine-zeitung.de. Und das Beste, ein neues iPad oder Samsung-Tablet gibt's gleich mit dazu. Die Allgemeine Zeitung. Digital, regional, unverzichtbar. Jetzt bestellen unter allgemeine-zeitung.de slash tablet. Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden, an diesem 9. April. SW-Verkehr von Betrugsfällen rund um den Kauf von 49-Euro-Tickets betroffen. Paul Ferney verlässt den SVW in Wiesbaden und zwei Verletzte bei Unfall in Wiesbaden. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Paul Ferney wechselt als sportlicher Leiter vom Fußball-Zweitligisten SVW in Wiesbaden zum Bundesligisten SV Darmstadt 98. Der 36 Jahre alte Engländer habe eine Ausstiegsklausel gezogen, teilte der SVWW am Montag mit. Abstiegsbedrohten Wiesbadener stellten Ferney umgehend mit sofortiger Wirkung frei. Wiesbadens Geschäftsführer Nico Schäfer sagte, sie seien von einem solchen Vorgehen überrascht und enttäuscht, gerade so kurz vor dem Saisonende in einer für den Verein sportlich anspruchsvollen Situation. Übergangsweise kümmern sich Schäfer sowie das Trainerteam und Scoutingleiter Philipp Gründler um die Kaderplanung beim SVWW. Bei den Darmstädtern tritt Ferney die Nachfolge von Carsten Wehlmann an. Der 51-Jährige hatte Ende des vergangenen Jahres sein Beschäftigungsverhältnis innerhalb der vereinbarten Fristen zum 31. März gekündigt und wurde daraufhin von den Lilien freigestellt. Inzwischen ist Wehlmann als Geschäftsführer Sport und Vizepräsident bei Holstein Kiel tätig. Vor kurzem haben Abonnenten, die ein Deutschland-Ticket über die Ticket-App von SW Verkehr beziehen, eine Mail zu neuen Bezahlarten bekommen. Das geht etwa über Kreditkarte oder PayPal. Die Nutzung über SEPA-Lastschrift ist erschwert. Hintergrund ist, dass auch SW Verkehr von Betrugsfällen betroffen war. Konkrete Zahlen gäbe es jedoch nicht. Jüngst hatte der Rhein-Main-Verkehrsverbund öffentlich gemacht, dass es zahlreiche solcher Fälle gab und das Lastschriftverfahren für Neukunden in der App RMV Go erst einmal gestoppt. Man habe vergangenen Jahres steigende Rücklastschriften im Online-Vertriebskanal App zu verzeichnen gehabt, bestätigt ein Sprecher von SW Verkehr. Das habe das Verkehrsunternehmen veranlasst, umgehend die bestehenden Firewalls zu verschärfen. Darüber hinaus wickelt man das Verfahren inzwischen über einen neuen Zahlungsdienstleister ab. Seit Anfang März wurden keine auffälligen Rücklastschriften mehr dokumentiert. Bundeskanzler Olaf Scholz erteilt Forderungen nach Rentenkürzungen eine klare Absage. Bei einem Besuch bei der VRM in Mainz sprach er gestern über die Bedeutung eines stabilen Rentenniveaus. Trotz Kritik aus Wirtschaftskreisen verteidigt er die Leistung seiner Regierung, insbesondere in der Bewältigung der Energiekrise und beim Ausbau erneuerbarer Energien. Scholz sieht Kommunikationsfehler als Ursache für das schlechte Image der Ampel. Beim Besuch in Alzheim, wo Eli Lilly 2003 Milliarden Euro in neue Arbeitsplätze investiert, unterstreicht er, wie wichtig es sei, den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken. Zur Wehrpflicht erklärt Scholz, dass eine Rückkehr zu einer Wehrpflichtarmee unrealistisch sei und betonte die Notwendigkeit, Berufssoldaten zu rekrutieren. Er sprach auch über den Verlust des Sicherheitsgefühls in Europa durch Russlands Angriff auf die Ukraine und erwähnte die Zeitenwende inklusive Sondervermögen für die Bundeswehr. Bei einem Unfall zwischen zwei Autos in Wiesbaden sind am Montag zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzt worden. Eine 49-jährige Skoda-Fahrerin fuhr mit zwei 13-jährigen Jungen aus Richtung Dotzheimer Straße kommend in den Kreuzungsbereich Klarentaler Straße, Kurt Schumacher, Ring. Zeitgleich war eine 62-jährige Frau in ihrem silbernen VW Polo auf der Klarentaler Straße aus Richtung Klarental kommend unterwegs. Nach derzeitigen Ermittlungen der Polizei fuhr die 62-Jährige trotz roter Ampel in die Kreuzung ein, weshalb es zum Zusammenstoß mit dem Skoda kam. Dabei überschlug sich der VW und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Die Unfallverursacherin konnte ihren Wagen nicht selbstständig verlassen und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die 62-Jährige und die 49-Jährige Skoda-Fahrerin mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden. Die beiden 13-Jährigen blieben nach jetzigem Stand unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Flott auf die Kasteller Kaiserbrücke. Damit das klappt, soll es die Kaiserspindel geben, die das Radfahren zwischen Wiesbaden und Mainz erleichtern. Radweg und Kaiserspindel sind zwei verschiedene Projekte. Bei der Spindel fühlt sich die Stadt terminlich den Mainzern verpflichtet. Sie wollen an ihrem Kopf der Kaiserbrücke auf der anderen Rhein-Rhein-Seite ein korrespondierendes Bauwerk errichten. In Mainz wird es anders ausgeführt als in Kastell. Hier ist von einem wendelförmigen Bauwerk die Rede. Wie auf einer Spirale würde der Weg nach oben führen. Ob Wiesbaden oder Mainz, beide Projekte sollen zur gleichen Zeit umgesetzt werden. Daran arbeiteten beide Städte gemeinsam. Unterschiedliche Wege gingen beide Städte bei den Entwürfen für die Bauten. Während die Mainzer die Sieger in einem Architektenwettbewerb ermittelten, gab Wiesbaden einem Planungsbüro den Auftrag. Beschrieben wird der Entwurf als spiralförmige Konstruktion mit 20 Meter Durchmesser und einer zusätzlichen Treppe in der Mitte. Baubeginn soll Mitte 2024 sein. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.wiesbadener-kurier.de Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vrm.de